Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 7. Juli Auf das ihr inne werdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe. 4. Mose 14, Vers 34 Vielleicht haben wir bisher gar nicht so darauf geachtet, wie die Hand Gottes heimlich über unserem Leben war. Sie hat sich uns geöffnet mit guten Gaben. Sie hat uns heimlich festgehalten, wenn Stürme kamen. Sie war auch noch da, wenn wir ganz einsam und verlassen waren. Nun stellt Gott auf einmal die fürchterliche Möglichkeit vor uns hin, dass er die Hand von uns abziehen kann. Das merkt man wahrscheinlich zuerst gar nicht. Aber allmählich muss man es inne werden, dass man ein ganz und gar ungesegneter Mensch ist. Da sucht man schließlich in Not und Sterben nach einem Halt und es ist keiner mehr da. Neben dies Wort wollen wir eine Geschichte aus dem Neuen Testament stellen. Eines Tages redet Jesus zu einem großen Volk. Auf einmal gibt es eine Unruhe. Ein Aussätziger hat sich herzugemacht. Die Leute schreien vor Zorn, Entsetzen und Angst vor Ansteckung. Aber der Aussätzige lässt sich nicht aufhalten. Durch die zurückweichende Menge läuft er eilig bis zu Jesus. Dort fällt er in den Staub und ruft weinend, Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen. Und was tut Jesus? Tritt er von dem Menschen mit seinen hässlichen Geschwüren einen Schritt zurück? Nein, in der Bibel steht, und Jesus rührte ihn an. Die Hand Jesu, das ist ja die Hand Gottes, streckt sich nach ihm aus und heilt ihn. Wir sind Leute mit der furchtbaren Möglichkeit, dass Gott mit Recht die Hand von uns abzieht. Aber in Jesus streckt sich noch einmal seine Hand deutlich nach uns aus. Nach dieser Hand wollen wir greifen. Herr, du reichst uns deine durchgrabene Hand. Wir danken dir. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020